herzlichen willkommen zu einer folge microsoft merkel ich glaube der zwei bisschen zu lang aber egal ich war auch mal kurz folgen von daher in ordnung elektron damit kann man was machen so wir brauchen die connectoren jetzt komme ich gerade von außen ich hoffe es ist schon ein bisschen was fertig dass ich was habe warte mal eine zahl durch sechs teil war damit kann ich eben ein paar nv connectoren machen so so aber schon mal 18 damit kann man was machen die hat ja gar nicht verwendet aber nutze ich die auch mal hallo hallo aus danke die spinnte echt ein bisschen ich würde ja hallo funktionierst du oder das war jetzt so dumm aber egal ein bisschen strom aus der fabrik rausbringen kann doch nicht sein hier kann ja nicht angehen dass hier wirklich strom haben ändern wir jetzt haben wir ja schon gut energie produziert eigentlich also jetzt hier mal an den power tap an so so und dann wo ist jetzt der nächste punkt wo energie raus kommt ach da ja ich packe mal weg ganz kurz hin ganz kurz so und so da machen wir dazu hier wieder warte mal so genau aber jetzt ist ja der strom schon hier draußen ja hier haben wir mv dann würde ich sagen unterbreche ich den bullshit jetzt hier mal so dann kommt hier strom und dann werde ich wohl das hier unterbrechen mal ich hoffe der verbindet oder dass er meckert meckert ok kann er den hier verbinden ja wir machen noch einen extra punkt dazwischen wenn du meinst so so dann brauchen wir jetzt alle medium voltage selbstverständlich so 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 zack 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 instant kriegt er strom hier so das sehe ich doch gerne also jetzt mal kapsel ich den hier mal ab hier so so zack 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 so 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 und so also so ähm ja wollen wir das Wasserrad noch dran lassen oder wollen wir sagen ist gut jetzt ach ne komm solange es noch nicht voll automatisch ist äh würde ich eigentlich gern sagen dass das Wasserrad noch strom liefern soll also ist aber nur zeitweilig also bald kommt Zeit das heißt muss ich ja alles für mv machen warte mal damit ich jetzt hier grad nicht neu legen muss lass uns mal äh hier mal lv beibehalten ach nicht mv hier lv hab ich gesagt hier genau so so machen wir Wam ich komm grad mit die connectoren durch warte 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 warteラ warte mv äh LV so äh warte fackel ist weg mv das Wasserrad produziert muss wegen dass das Strom ist hm und das hier bekommt jetzt ja doch MV-Anschluss MV, so warte mal so, alles ist soweit verkabelt jetzt alles klar, passt doch der Reaktor liefert jetzt Strom und bessere Kabel haben wir auch passt doch, so jetzt brauchen wir wieder jetzt machen wir jetzt mit dem Signalum weiter zack zack zack, okay so 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 das ist ein bisschen Klickarbeit aber ich muss das in der Folge machen das darf ich nicht in der Farmzeit hier erledigen das ist leider so aber was soll's achso, ich muss ja mal manuell rausklicken hier fällt mir ein, ich muss regelmäßig nach der Smellery gucken dass wir das Elektron gleichzeitig auch fällig kriegen also ich hätte gedacht ich schaffe mehr aber naja ein paar Folgen haben wir ja auch noch ähm ja, warte, ein nochmal noch wollte ich nicht gerade nach der Smellery gucken wie wir einfach Strom haben das tut gut das ist sehr angenehm wenn man Strom hat ganz im Vorausbruch ist jetzt schon wieder weg hier quasi aber jetzt ist hier auch mal die Schwierigkeit drin mit der ich eigentlich gerechnet habe ist so weil jetzt braucht das demnach auch mehr äh ich mach mal so dann können wir das schon mal alles rüber brennen hier ja, warte so äh, warte mal ist es schon wieder leer oder hat er noch? er hat noch, okay aber es ist schon wieder leer ich hätte es ja automatisieren können aber irgendwie habe ich es nicht getan ähm ja, ist so so, so ja, sieben Stück hat er jetzt nicht da dann gucke ich mal was wir jetzt alles da haben 29 hier haben wir schon nur Molls Elektron ach, der hat alles fertig äh, ach, er gießt jetzt nur noch raus ach so der gießt jetzt nur noch die Engels aus alles klar dann bin ich auch zufrieden mhm so 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 okay so und so und so und so das ist schon sehr Materialienkosten vielleicht versteht man es jetzt dass es so lange gedauert hat bis ich damit angefangen habe aber das müssen wir jetzt mal wieder Redstone nachherstellen kann ja schon mal das Restkopf einpacken und das ist alles Silber wir brauchen jetzt nur 37 Heimer 37.000 Millibucket ich warte gerade darauf so, was kann ich mal schnell mal erledigen ähm kann ja mal ein paar Crops abernten eventuell Tint oder so ich will nur gerade über die Zeit klingen daher why not nach meiner Tint Krise kann man ja ruhig mal ein bisschen via Tint ansparen so so habe ich gelernt dass Tint doch wertvoll sein kann soviel zu dem Thema ja, 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 ja ja, 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 ja. Ja, und er zieht da noch andere. Machen wir. Wow, 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 oh, mein Jetpack ist fertig. Hallo. Habe ich jetzt nicht ihm gerade schon gesagt? Wow. Ich will meine Ferner nicht kaputtmachen. Dann lade ich das mal ganz kurz noch auf. Dann haben wir schon wieder Tin Essenz jede Menge. der geht jetzt nicht mehr leer also ja es ist eine gute energielieferung ich bestimmt am reaktor mal gucken wie viel energie jetzt schon runter ist das wir den mal ganz kurz anschalten ja man sieht der geht hier nicht mehr leer also kann man beim reaktor vorbeigucken und dann machen wir wieder die nächsten der reaktor gut hier kann ich auch gucken der strom hat auch schon verbraucht ein bisschen was da geht auch ein bisschen was weg aber der produziert richtig gut also bin schon erstaunt kann ja einmal komplett voll machen und dadurch dass ich ihn ja noch nicht voll anlassen kann habe ich noch nicht so viele lorium also ich habe absolut nicht unendlich das will ich halt haben da kann ich ihn reaktor nämlich immer anlassen habe immer genug strom muss mir da und kann nie wieder sorgen machen ja mache ich ja lieber na gut ich warte mal bis er voll ist dann kann ich ihn ausmachen naja ich halt so jetzt ist er aus will kein lorium verschwenden von daher deshalb wird dann einfach mal produziert noch ein bisschen signalung haben wir schon als ob hier kein redstone drin ist alles aufgebraucht alles aufgebraucht schon hier geht ja was ab ich habe jetzt gedacht er macht euch schon was das ist ja ein schweinehund naja lässt sich jetzt nicht ändern wenn ich schon schön wenn wir es vielleicht in signalung vielleicht diese folge noch schaffen dann kann ich nämlich schon mal die enderperlen rein werfen das nehme ich auch noch dann kann man vielleicht na diese woche schaffen wir wohl das teil noch nicht also war jetzt nämlich gerade die folge für freitag oder so auf nähe die woche werden wir es noch nicht schaffen die automatisch eher lorium fahren aber sie macht fortschritte mal außen wieder sieben da kann ich ja mal wieder müssen machen hier so so ok warte mal ich kann mal wieder ein stack hier rinschmeißen in den redstone furnace soll wieder mehr machen mhm zack 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 und zack ja man muss halt ein bisschen warten das ist naja nicht zu ändern übrigens letzte nacht hat die tin farm gar nicht gearbeitet ich habe in der farmzeit dann echt noch den restlichen tin zusammengefarmt ich naja mhm war ein bisschen zeitlich knapp ja es braucht aber echt schon viel energie muss man sagen also ist jetzt schon wieder ein zehntel des speichers weg also und deshalb möchte ich ja immer anlassen also renne ich echt alle nasen lang dahin und ja schalte ihn an und schalte ihn wieder aus aber wenn ich ihn anlassen dann ist am nächsten tag kein lorium mehr da das ist ja automatische Farbe deshalb ist die mir ja auch so wichtig irgendwie ja ja ist halt so 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 ach das schaffen wir ja diese Folge noch da bin ich eigentlich recht zuversichtlich äh zuversichtlich nächstes mal ist dann auch schon Elektrum fertig und dann ja warte wieviel Craft-Boggen haben wir noch 47 gut ein paar sind noch so ein paar Buckets muss es noch geben aber wie reicht das hier grad nicht aus mit dem Redstone ich glaub da fehlt noch was ich glaube wir brauchen noch Redstone warte mal ich guck mal ganz kurz wieviel noch überbleibt ähm mach mal kurz damit 7200 16 sind noch ähm also 14 16.000 brauche ich insgesamt noch 16.000 16.000 das sind 3.000 äh 9.000 8.000 8.000 800 oder so also 88 Redstone etwas übern das fehlt wieder ja nicht so schlimm kann man nochmal schnell drin holen hier eins deck das sind 70 ähm 80 81 ähm 82 ähm ach das brauchen wir so 26 1 26 26 das müsste ausreichen an Redstone jetzt dann kommt das da noch schnell drin und dann ja genau das machen wir noch so und dann packen wir so rein noch dann machen wir nochmal einmal zack und zack und zack und zack und zack und zack so 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 dann gucken wir mal ein bisschen was in den Redstone Furnace ok es wird glaube ich gerade im Hintergrund wieder laut so wieder da äh das ist jetzt fertig hergestellt in der Zeit na gut egal ist jetzt so noch 2200 über habe ich gerade 2 zu viel lot so war es aber auch 2 redstone zu viel warte mal ich würde sagen das Signalum haben wir damit jetzt glaube ich fertig gecrafted das können wir dann mal noch schnell reinhauen hier ich hole mal ganz kurz auf die ganzen Ender Perlen und nochmal 8 Redstone dass wir das rausbekommen noch mal ganz kurz mal ganz kurz mal ganz kurz mal ganz kurz dann würde ich sagen machen wir jetzt Enderperlen so so genau damit macht er jetzt Resonant Ender oh was das kann das mal gerade so yeah gerade hat im Hintergrund ganz unklar vielleicht gut wir haben jetzt ein destabilized Redstone packt so viel kann man das irgendwie wie ein normales Redstone zurück machen oder ist das nicht möglich bestimmt nicht möglich oder ich hätte auch eine Smaidrim machen können ich glaube ich aber auch so beständig ne ach wo kann man das denn mal kann man denn mal destabilized Redstone auch bewahren vielleicht vielleicht ähm der der Redstone Wasserfall des Todes warte 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 ich mache noch ein Schild ähm ähm die sind noch 21 Minuten ich klau mal ganz los hier ein Schild jetzt eh noch mal neu ähm der Redstone Wasserfall der Redstone Wasserfall des Verderbens sieht zwar scheiße aus den mache ich noch schöner aber könnte man vielleicht machen so einen Redstone Wasserfall der hier so runter geht ist glaube ich nicht gerade schlecht ich baue den aber noch schöner also das ist nur ein Kreuz irgendwie aber egal ich würde sagen wie ich ziehe mich jetzt noch ganz kurz zu dem PC äh und beendet da mal wieder die Folge wo ich sie ja auch immer am Anfang eine Aufnahmesession anfange manchmal mache ich das ähm so warte ich muss ja noch hoch wieder so und so und so und so und dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge Tschüssi 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 Vielen Dank.